Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute alles Merten and no roots. Heißt keine Wurzeln. Und wurde Klasse übersetzt von der Klasse BKP16B der berufsbildenden Schulen Geschwister-Scholl in Halberstadt. Die Geschichte erzählen euch Anna und Max. Ich mag es Löcher zu graben und Dinge darin zu verstecken. Wenn ich alt werde, hoffe ich, dass ich nicht vergesse, wo ich sie wiederfinden kann. Ich habe Erinnerungen und reise wie ein Zigeuner durch die Nacht. Alice Merten erzählt ihre eigene Geschichte. Immer unterwegs zu sein und nie das Gefühl gehabt zu haben, dass es ein richtiges Zuhause gibt. Ich baue mir ein Zuhause und warte auf jemanden, der es zerstört. Dann packe ich es in einen Umzugskarton und renne in die nächste Stadt. Ich habe Erinnerungen und reise wie ein Zigeuner durch die Nacht. Alice Merten ist in Kanada aufgewachsen, in Deutschland zur Schule gegangen und hat in England ihren Schulabschluss gemacht. Jetzt ist sie wieder in Berlin, um Musik zu machen. Ich mag es stehen zu bleiben, aber das sind nur Wunschgedanken. Frag mich, wo ich herkomme und ich werde sagen, aus einem anderen Land. Aber ich habe Erinnerungen und reise wie ein Zigeuner durch die Nacht. Sie hatte nie Zeit, Wurzeln zu schlagen, denn sie ist mit ihren 23 Jahren schon elfmal in vier verschiedene Länder umgezogen. Ein tausendmal habe ich diese Straße gesehen. Ein tausendmal. Ich habe keine Wurzeln und mein Zuhause war nie auf dem Boden. Ich habe keine Wurzeln und mein Zuhause war nie auf dem Boden. Ich habe keine Wurzeln. No Roots. Klasse übersetzt von der Klasse BKP16B der berufsbildenden Schulen Geschwister Scholl in Halbestadt. Könnt ihr euch jede Zeit in der SAW Mediathek im Internet anhören. Klasse übersetzt geht jetzt in die Sommerpause. Ab August bin ich dann wieder unterwegs im SAW-Land. Vielleicht bei euch in der Schule. Bewerbt euch jetzt für Klasse übersetzt auf radio-saw.de Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020